Willkommen zu einem neuen Video von mir bei 2008. Heute spielen wir mal wieder Skywars, gehen in die wunderschöne Tropischhöhle, wo überall Smarag-Blöcken an den Wänden hängen und coole Map. Enderperl, komm, danke. Das Game gönnt mal wieder. Ehrenhaft vom Game. Spinnetz. Spinnetz. Es wird so viel geiler Rüstung geben und ich bekomme nur so scheiß Rüstung. Okay, ich lasse es mit dem Spinnetz jetzt doch. Was will ich denn damit? Was will ich denn damit? Kann das Game mit Firetour hückeln? Ja, das ist jetzt doch mal Luxus. Ja. Ja. Mal so richtig gerade ausgerüstet, mal wieder. Ja, ich bin nett. Okay, ich gehe in die. Warte mal kurz. Tiro. Tut mir leid für euch. Nein, ist noch einer von C-Uns-Kontinue. Nein. Das ist einfach Computer-Gamer, glaube ich. Okay, was ist das für ein Schwert? Schärfe 2. Mein Ernst? Nein. Also nicht der Ernst, ne? Bitte nicht. Bitte not. Not do you doing. Not do you doing. Oh, der hat überlebt. Gut gemacht, würde ich ja mal sagen. Für mich schon nie. Mach jetzt nix. Falsches Typ, okay? Ich mach jetzt ja nix. Falsches. Wenn du jetzt einfach was falsch gemacht hast, wir sind tot. Also wieso öffnet eigentlich niemand diese Kiste in der Mitte? so, ja, 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 und? Spell of's Witness, Spell of's Witness, bringt mir eigentlich gar nix, aber okay. Jetzt hab ich schon zweimal Spell of's Witness. Okay, drei von meinem Team leben sogar noch ich sterben. Wie schnell, ich bin nur so krass. Also nur einer aus meinem Team ist gestorben. Komm, ich baut da mal die ganze Säule hier ab. Wie langweilig ist es. Ja moin, muss los, ja moin. Oh, verzauberte dir Schuhe, geil. Ich bin halb verzauber, dir. Scheiß, nein. Wir sind im Showdown mit Blau, ne? Und wie ich eher. Und der andere aus meinem Team. Ich bin drei aus dem Blau. Klingt ja fair. Ich bin aber voll dir. Also halt verzaubert dir und einmal kommt und der Rest ist dann komplett dir. Also wo ist mein Team, wenn man sie mal braucht? Wo ist es? Hallo? Da ist jemand auf dem Rot, okay. Nein, bitte denk nicht mehr dran. Denk nicht dran, bitte. Ja, dann schauen wir uns zum nächsten Mal. Dul увелич ist. Nein, das war's.